Für den 11.11. was bekommen wir? Für den 11.11. bitte für einen Buchstaben. Wir haben heute, Wahnsinn, das F wie Fasching. Wer hätte das gedacht? Wir kriegen am 11.11. das F für Fasching. Das F kann natürlich auch für Freude, für Freunde oder Freiheit stehen. Je nachdem, was du heute gerade brauchst. Ich wünsche dir ein ganz schönes Tag. Bis bald. Tschüss.